Herzlich willkommen zum vierten Tag in unserer Einstiegswoche. Heute möchten wir eine Übung machen, in der der ganze Körper mit eingebunden ist. Und dazu machen wir Overhead Squats. Also Knie beugen und die Hände sind über dem Kopf. Zur Hilfe nehmen wir wieder unser Handtuch, greifen das Handtuch an den Enden und bringen dieses auf Spannung. Dann führen wir das Handtuch über den Kopf, so dass wir wieder eine durchgehende Linie von der Hand bis zum Fuß haben. Vor jeder Ausführung achtet ihr darauf, dass euer Rumpf gut stabilisiert ist. Auf dem Weg nach unten bleibt das Handtuch über dem Kopf. Wenn ihr merkt, dass die Hand nach vorne wandert, dann stoppt ihr die Bewegung und geht wieder aufwärts. Verbessern und hoch. Viel Spaß damit!